Maxime! Ich film das mal, was? Können wir uns neher nach der Bahn gucken? Super! Ich danke dir nochmal für deine fette Hilfe! Gar kein Thema, sehr gerne! Herrlich! Ähnlich was los in Bamberg! Nicht nur in der Umleitung, oder? Mit so einem Empfang hast du gar nicht gerechnet, oder? Nee, nee! Du kommst gar vorher her! Ein geiler Empfang! Fängt schon mal gut an! Ja! Wenn er 13 Wochen lang so geht, haben wir Spaß! Ulrich. W Cupium! Alter Futter! beschräги eine Flande depthif três Genau! Fertig münding! Unterxit das Spiritualität! Tut Velja. Dir mit das schreckliche Anerkzeptierung Das ist ja wie im Krieg, ja. Sehr schön. Das ist der Knaller, wie du das hinten hörst, bumm, und wird umexplodiert, oder? Ja. Wow. Boom. Toll. So, da steht mein Sprinter. Da steht der von Maxim, da steht der längere. Oh, und hier sind 100.000 Leute. Naja, so viele Teilnehmer. Vielleicht doch. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohh, alter Ver... Das war's. Super! Ganz drohlich. Das wäre so ein Gewiesenkampf. Alter Vater! Unglaublich, oder? So was habe ich noch nicht gesehen. So was habe ich noch nicht gesehen. In Berlin jetzt die Pyronade. Das ist so eine Sinfonie. Da treffen sich die besten Feuerwerker. Das ist jetzt im September wieder. Aber das ist okay, ja. Aber das ist okay, ja. Super!